Hallo, nochmal, Philipp Vanderbils hier. Ich bin momentan bei einem Freund in London. Wir haben, ja, also ich mache ein paar Treffen hier für Schnee und Oper und so weiter und wir machen auch Planung für 448 Zirkose in New York, das im Januar stattfindet. Also, mit der deutschen Fassung habe ich letzte Woche, yay, die neue deutsche Fassung an meinen Verlag abgegeben und so jetzt bin ich fast fertig damit. Also alles ist bearbeitet und umkomponiert sozusagen für den neuen deutschen Text. So, jetzt macht der Verlag das Bearbeiten und so weiter und ja, jetzt geht's los, denn wir hatten letzten Monat die Bauprobe und leider war ich, würde ich in Arten gestrandet, danke an EasyJet. Also, ich habe die Bauprobe nicht geschafft, aber ich habe die Fotos davon gesehen und die sehen großartig aus, also wirklich der Hammer. So, ich freue mich sehr drauf, also die Bühnen, der Bühnenmodell sieht super aus und ja, ja, ich freue mich sehr drauf. So, ja, also nächster Schritt, glaube ich, ist die Aufnahme zu machen für den gesprochenen Text in der Show und ja, jetzt geht's los dann weiter und bis bald!